So Leute, ähm, wir sind wieder zurück zu Let's Play No Go Winter Nights und ich habe mich vorbereitet, ich habe mir auch einen Helm gekauft, ich hoffe, dass ich diesmal gewinne, ansonsten habe ich ein Problem. Geil, FIFA ist tot. So, voll. So. 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 Das wird jetzt einfach nur spannen rein, weil sie ist hier oben. So. So. So, wer ist denn hier? Vor allem durfte ich das Ganze nochmal spielen, weil mir das Spiel abgestürzt ist. Fand ich nicht cool. Was ich auch nicht cool finde, ist, dass es hier so viele von diesen Kongs kommt. Kann ich die irgendwie abfackeln? Ich will die abfackeln. So. 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 weil ich hier alles platt machen will was da ist aber auch schön gewesen wenn ich einfach so durchgekommen wäre so jetzt kann ich auch ein bisschen darf man was benutzen mit ihr noch was kommt noch einer geht da ich habe eh genug von denen daher ich wusste das ok ja ich hätte eigentlich hätte ich mich aber ich wollte nicht weil ich es zumindest verkaufen oder so ich weiß gar nicht kann ich das verkaufen denn ja wäre das eigentlich doch recht nice kommt recht viel von denen ich weiß gar nicht ob man sich für irgendwas braucht und überhaupt irgendjemand irgendwie brauchen wird fast total ich jetzt einmal angeschossen da will ich noch nicht benutzen wir ich will mich zu ausgenutzt nicht guter trank leider können wir nicht kaufen und sonst hätte ich nämlich ich nicht und das nun das kann ich auf das muss mit 4 wenig glaube ich wo ist die nächste und hierdienst werde ich wahrscheinlich später gebrauchen können Silberring Silberring, mehr ist es nicht Duwe, Duwe, Duwe Du kannst da hin ach so die will nur ganz teile jetzt habe ich es verstanden gar nicht schlecht toll 1 nur wegen einem werde ich doch nicht die ganze die teile mit mir rumschleppen ich habe mir nen Helm gekauft stackhelm einfach nur weil er mir ein bisschen was bringt konzentration halt ja ich kenne mich mit dem spiel nicht wirklich gut aus sollte ich erwähnen solltet ihr eigentlich schon wissen bei part 23 ist das jetzt kommt recht früh sowas ne aber das heißt wir können mir ruhig sagen was die ganzen stats eigentlich sind ich habe gleich keinen Plan was es sind beispielsweise ist oder wo es ist es ist ach so ja ne nicht das was ich wollte ähm intelligence ich könnte mir auch durchlesen für was die ganzen Sachen sind next level so ja genau ich würde ja noch kosten da noch schnell Potion of Blessing vielen dank jetzt rein da zurück mit uns aber ich werde ich sicher nicht einsammeln hier bringt mir fast gar nix können nicht mal da eins ich bin mir eins ich bin mir eins ich bin mir eins das heißt ich muss dann da oben jetzt lass mich durch ja so ähm ich glaube das müssen es sogar eins meiner am wenigsten gemochtesten ich glaube ich mag die wirklich am wenigsten Great Graveyard oh jetzt sind wir hier Zombie Warrior so hier darf ich mich mit sehr viel Einzelgang beschäftigen dass meine Viecher einfach irgendwo hinrennen und dann die da hinten kommen klar das ist kein Problem das ist kein Problem dich würde ich jetzt doch wieder weghaben ja greift doch an Den da. Den da angreifen. Danke. Mir reicht immer der Falsche an. Kann ich sagen. So, die sind da. Die steckt da hinten irgendwo. Oh Gott. Jetzt bin ich böse. Los, los, los. Die kommt mit den ganzen hier eigentlich ganz gut klar. Bei der muss ich wirklich wenig aufpassen. Jetzt verreckt euch. Da hinten sieht es ein bisschen schlechter aus. Was für den Falschen? So. Okay, die hatten einen der Warriors. Das ist echt nicht cool mit dem Warriors. Das sage ich jetzt nicht cool mit dem Warriors. Das ist die Zombie Warrior. Das ist echt nicht cool. Die halten doch echt viel aus. Aber die kann sich auch heilen. So. So. Wirst du es heilen? Ja. Ähm. So. Auf dich. Ja. Du brauchst ja gar nicht. Nochmal. Wirst du schon mal gleich nochmal. Wie gehen die Pfeile aus? Les. Wie soll ich das verstehen? Da ist irgend... Da. Wie soll ich das verstehen? Das ist da drinnen. Okay. Schauen wir uns um. Da geht es langs hin. Hier bin ich auch. Übrigens. Okay. Ähm. Da ist eine Wand. Ich weiß nicht, ob Wände so cool sind. Ich fühle mich hier so eingeschlossen. Ich glaube, das ist normal bei so einem Friedhof. Ob das eigentlich eine recht gute Frage ist. Wieso sind Friedhöfe immer so eingeschlossen? Ja. Eingeschlafen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es von der anderen Seite abgeschlossen ist. Ist mir bewusst. Ich hätte die Teile von der anderen Seite nicht wegmachen können. Aber es ist auch nicht so aus, ob es irgendwie in der Zeit benutzt wurde. Oop. Gemma Nye. Ich habe Angst. Warn of the Damn. Oh. 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 So, ja. Ähm. Rat meine Stimme durch e... Durch den... Durch eure Tote. Ihr versucht mich zu benutzen. Äh. Ihr versucht mich zu benutzen. Ihr versucht mich zu benutzen als ein... Ein... Oh. Opfer für einen Spruch, also Zauberspruch. Jetzt habe ich euch benutzt, um frei zu werden. Ja, ich glaube, man kann sich schon denken, wer hier mit uns spricht. Das war niemand anders als eins der Wateravian Kreaturen da. Jetzt muss man nur noch wissen, wo lang. Oh, da will ich irgendwie hier und gerne rein. Ich will lang keine Sprung bekommen. Ghouls. Zombies. Gut. Brauchst du das oder? Ich weiß gar nicht, was mit der los ist. Ich brauche doch nicht so lange. Obidai, ich bin zu Hause. Okay, sehr, ich komme zu Hause. Du möchtest mit meiner Legion, Dane. Ich habe die Fische gesehen. Die Skalaten werden hier regeln. Ich werde überraschen. Schuppigen werden das Ganze übernehmen und sie wird sie überrennen. Oh, da gehe ich nicht rein. Sieht nicht cool aus. Twinkle Twinkle Little Star. Das ist eine Tüne-Minds. So schnell das Schubst du, so besser. Hey, recht schnell verreckter Typ. Finde ich gut. Am üblich gelassen haben sie trotzdem nix. Schade. Ja, man sieht, die Spinne war bis jetzt der schlimmste Gegner von allen. Ich hasse diese Spinne. Ich glaube, ich bin der beim ersten Durchmach auch gestorben. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es nicht cool, diese Spinne. Die ist echt überhaupt nicht cool. So. Habe ich die andere? Ja, habe ich. Ja, wird manchmal recht unübersichtlich. Waps. Oh, da ist ein Bullen. Okay. Die Bullen sind recht schwach. Merke ich gerade. Wer machen wir hin? Ich will keine Pfeile verschwenden, Dolzen. Keine weiteren. Weil die kosten mich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Weil die kosten mich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Gut. In the name of Sanin Moonbow. You'll be done. Okay. Okay. Otano, für Dickema. Otano, für Dickema. Das ist ein bisschen mehr. Ich werde dich nicht mehr. Ich werde dich nicht mehr hochst, und mich bin nicht mehr. Shit. Ich bin nicht mehr. Das ist sogar super. Aber ist wirklich krach. Oh man, die Magic war, was ich nicht so, 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 was ich nicht so. Oh, okay, ich muss so ein bisschen was ich nicht so. das war so mit einer großartigen kraft die ganzen leichten hier und noch eine und die letzte die ganze gleiche und da ist einfach gar nichts noch mehr leichen ja nicht dass sie mir leidtun oder so aber das ist so viel zum sammeln ja immer zurück und dann sage ich mal dass es jedoch perfekt ist zu beenden im ort nicht das spiel dann bin ich den pass verkaufsachen mach mich bereit für den nächsten warum mich aus kurs es wird Achso, da konnte ich nicht rein, das war dieser Merkwürdig Kult. Ok, dann beende ich den Part Leute, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.